Also jetzt sind mittlerweile noch ein paar Arbeiter dazugekommen. Jetzt stehen hier unten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Arbeiter hier am Zaun. Oben stehen zwei, die per Funk Anweisungen geben und der Bagger macht Zeitlupentempo, tut er jetzt hier schön die Steinchen runter. Jedenfalls seit ich hier mit der großen Kamera dastehe, machen sie es doppelt so langsam wie vorher. Da hinten steht noch ein Trupp Polizisten mit Kamera und quasi einsatzbereit und zur Dokumentation, vielleicht auch, wer hier Demos angekündigt sind, keine Ahnung. Ja, 1845 soll eine Demo am H7 sein, unterhalten sich immer schön mit den mit den SIR Baufuzzi. Drüben stehen vier Prohle rum, also scheint sehr interessant zu sein hier.